Ja, ein wunderschöner Morgen. Also wunderschön. Es geht also wirklich nicht mehr schöner. Zwei Grad plus in der Nacht Nachtfrost. Die Tulpen lassen alle die Köpfe hängen. Die Kirschblüte ist verfroren. Und dieses ist ein wunderschöner Morgen. Außer, dass ein paar wenige kleine Flugzeuge anscheinend rumgeflogen sind. Aber ich bin ganz beruhigt. Die Menschen sagen alle, Chemtrails gibt es nicht. Also das ist jetzt, irgendwie bin ich wahrscheinlich nur noch nicht wach. Ich habe nur einen schlimmen Traum. Das ist alles gar nicht wahr, sondern ich sehe hier Dinge, die es nicht gibt. Das ist so beruhigend. Macht euch also keine Sorgen.